9-11 ist die größte Tragödie in der Geschichte der USA. Und trotzdem schlachten sie das Thema finanziell aus. So sehr, dass sich sogar schon Angehörige der Opfer beschwert haben. Es geht um Merchandise aus dem Shop des 9-11-Museums. Neben aufklärenden Büchern und Gedenkgegenständen, die man noch nachvollziehen kann, gibt es auch jede Menge Ramsch und das Brandenburger Tor. Warum auch immer. Eklig finde ich aber die süßen Polizei- und Feuerwehrkuscheltiere, sowie der süße Kuschelrettungshund. Was denkt man sich bei sowas? Like und Follow wäre nice.